Es brennt mich schon länger auf der Seele, da ist ein Freund von mir, der hat Ärger mit der Steuerbehörde. Den kennt ja jeder. Ist den Freund, ah hier sind ja alle, alle direkt sind hingedacht. Und deshalb, weil der ist so nett und der hat so tolle Sachen gemacht im Leben. Ist eigentlich ein riesen Vorbild für uns alle. Und die wenigsten von euch respektieren das. Das ist nur wegen der Spannung. Das ist wirklich nur wegen der Spannung. Neulich war ich beim Finanzamt. Ich hab mich selber angezeigt. Steuerbetrug. Ich hat so einen Wohl um mich. Ich mein, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen, wenn man die ganze Zeit immer nur das ganze Geld in die eigene Tasche und dann auf einmal hier. Da steht ihr denn da. Hallo Gesellschaft, ich hab was mitgebracht für euch. Wenn euch das reicht. Ich hab jetzt was Schönes. Ich hab jetzt was Schönes. Ja, ich hab jetzt was Schönes. Ja, ich hab jetzt was Schönes. Ich hab jetzt gesund. Ich hab jetzt schon wieder. Vielen Dank.